Wie schon gegen Frankreich konnte das DFB-Team auch im zweiten Länderspiel des Jahres überzeugen und gegen die Niederlande einen Sieg einfahren, auch wenn es schon nochmal ein anderes Spiel war wie in Frankreich und wie es abgelaufen ist, seht ihr jetzt. Die Herangehensweise von Deutschland war grundsätzlich die gleiche wie gegen Frankreich, also schaut da gerne nochmal in das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist jetzt auch oben verlinkt. Allerdings konnte die Niederlande sich dementsprechend darauf vorbereiten, die haben natürlich auch das Spiel von Deutschland gegen Frankreich analysiert und das hat man dann auch direkt gesehen. Wir haben hier Deutschland im Ballbesitz direkt nach dem Anstoß noch im nominellen 4-2-3-1, während die Holländer gegen den Ball hier klar in einem 5-3-2 agiert haben. Allerdings wie schon gegen Frankreich ist Toni Kroos immer halblings abgekippt, um da einen Dreieraufbau neben den Innenverteidigern zu bilden. Dementsprechend konnten auch die Außenverteidiger wieder höher schieben. Allerdings war auf Seiten der Niederländer Rheinders immer auf Groß angesetzt, also sobald er sich fallen lassen hat, dann ist er draufgegangen, hat ihn unter Druck gesetzt. Und dementsprechend war dieser Dreieraufbau mit Groß halblings nicht wirklich umsetzbar. Und so musste man sich dann andere Varianten einfallen lassen, um Groß ins Spiel zu bringen, bzw. dafür zu sorgen, dass er nicht aus dem Spiel rausgenommen wird. Da hatte man zum Beispiel diese Variante, ein Viereraufbau, bei dem Kimmich dann tiefer bleibt, Groß dann links ganz rausschiebt und quasi einen Linksverteidiger gibt. Dadurch war dann einerseits Groß frei, weil wäre Rheinders mit ihm mitgegangen, dann würde man das komplette Zentrum für Deutschland öffnen. Andererseits konnte Mittelstädt auch höher schieben, hat dann eben Dummfries auch tief gebunden bei den Holländern. Und im Zentrum neben Andrich war dann auch ein bisschen mehr Platz, da hat sich dann häufig Wirz, aber auch Gündogan oder Musiala reinfallen lassen und den Ball klatschen lassen oder aufgedreht und das Spiel so vorangebracht. Andere Variante sehen wir hier, da lässt sich Groß zentral zwischen die Innenverteidiger in den Dreieraufbau fallen. Dementsprechend ist Rheinders so ein bisschen unsicher, ob er ihn trotzdem verfolgt. Wird auch von seiner eigentlichen Position als rechter Achter rausgezogen, generiert so viel mehr Raum für Deutschland, die generell recht flexibel gespielt haben, viel rotierter haben. Ich meine, hier sehen wir Andrich der Sechser ganz rechts draußen. Havertz, der eigentliche Stürmer, ist quasi auf Sechser-Position, füllt da dann auch das Zentrum auf. Also das ist schon sehr flexibel und hat mir gut gefallen. Schauen wir heute auch mal so ein bisschen auf den Matchplan des Gegners. So sehen wir hier beispielsweise einen Fünferaufbau, was ich schon ein bisschen komisch finde. Aber das hat schon teilweise Sinn gemacht, weil die Außenverteidiger von Deutschland sind immer auf den ballnahen Außenverteidiger draufgeschoben. Dementsprechend gab es aber auch in deren Rücken viel Platz, um dann eben einen langen Ball zu spielen. Allen voran auf der linken Seite, habe ich hier auch markiert, hat man immer wieder versucht, Mahlen in Szene zu setzen mit langen Bällen hinter die Kette. Hat teilweise funktioniert, aber da muss ich auch mal ein Kompliment an Rüdiger und Tha machen. Die haben das wirklich sehr gut verteidigt. Klar, bei der einen Szene nicht. Da war es aber auch aus dem eigenen Ballbesitz von Deutschland kein guter Pass von Mittelstädt. Also ja, es gab auch gefährliche Szenen, wenn Holland den Ball hatte, aber nicht allzu viele. Und falls doch, hat man es größtenteils doch noch entschärfen können. Hier sehen wir, Holland ist dann doch auch ein bisschen flexibel. Der linke Schienenspieler Blind schiebt ins Zentrum, gibt quasi einen linken Achter. Somit hat Holland einen Viereraufbau. Und ich muss sagen, generell Holland und der Koeman hat häufig gute Aufbaustrukturen. Aber dafür fehlen mir so ein bisschen die Prinzipien in ihrem Spiel. Hier sehen wir wieder auf der rechten Seite Kimmich mit Mahlen. Also das hat man schon klar forciert, dass man da das Tempo von Mahlen gegen Kimmich durchsetzen kann. Was aber wie gesagt nur selten funktioniert hat. Und warum hat es selten funktioniert? Richtig, weil Deutschland gegen den Ball echt gut gearbeitet hat. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, wenn man das mit den letzten Länderspielen vergleicht. Eigentlich aus den letzten drei, vier Jahren oder noch länger. Auch die ersten unter Nagelsmann, beziehungsweise die gegen die Türkei und vor allem Österreich, waren da echt schwach. Und was man jetzt auch schon gegen Frankreich gegen den Ball gezeigt hat, aber auch heute wieder, war echt stark. Man hat es wie hier häufig sogar in einem 4-2-4 zugestellt. Die vier vorne sind echt aktiv angelaufen, haben es immer gut zugestellt. Also vor allem das Zentrum hat man echt zugemacht. Holland musste sich quasi immer über außen durchspielen. Und da hat man sie dann häufig nach außen getrieben, die Seitenlinie mitgenutzt und somit auch viele Ballgewinne forciert. Auch tiefer, ein klares 4-4-2, echt diszipliniert verteidigt. Und es gab immer mal wieder passive Phasen von Deutschland, wo man dann auch nach vorne nicht mehr viel hinbekommen hat. Aber man hat es trotzdem irgendwie kontrolliert, weil man defensiv nicht wirklich viel zugelassen hat. Somit auch einfach mal dem Gegner den Ball überlassen hat, mal geschaut, was die damit machen. Selbst je nachdem auch mal ein bisschen ausgeruht hinten. Um dann wieder Kraft zu haben für die Offensivphasen. Weil immer wenn man Druck macht, dann bleibt man auch dran und kreiert viele Chancen. Also das muss man echt hervorheben. Und ich habe auch ehrlich gesagt, die Bayern unter Nagelsmann, die haben selten so gut verteidigt. Und das finde ich echt bemerkenswert. Da waren oft die Flügel nicht so diszipliniert, haben nicht so mitgearbeitet. Aber Wirtz und Musiala, so genial sie mit dem Ball sind, so stark arbeiten sie auch ohne den Ball. Ich habe es gerade angesprochen, die Druckphasen von Deutschland. Und da hat man auch immer schön und Fußball gespielt. Sich die Chancen klar und spielerisch herausgearbeitet. Ich habe jetzt hier auch eine Szene, da fällt zwar kein Tor, aber das ist auch exemplarisch für das Spiel. Weil es beginnt zunächst so, da hatte man rechts den Ball, viel Kurzpassspiel. Spielt dann wieder zurück auf Toni Groß, der in dem Fall wieder zentral abgekippt ist. Rein das wieder mal, der rechte Achter. Schiebt so halb auf ihn drauf, aber auch nicht so richtig. Dementsprechend kann es groß verlagern auf Musiala, der kurz kommt, in eben diesen Raum, in dem eigentlich Rhein das stehen sollte. Da hat er dann ganz viel Platz. Kann auf die Abwehr von Holland zurennen. Dementsprechend muss einer aus der Abwehrkette auf ihn rausziehen. In dem Fall macht es Matthijs de Ligt. Aber weil Deutschland auch mit so vielen Spielern in der letzten Linie agiert, sind alle anderen gebunden. Wir haben links Mittelstedt, der Dumfries bindet. Rechts haben wir Kimmich, den sehen wir erst auf dem nächsten Bild. Der bindet blind. Havertz bindet Van Dijk und Wirtz bindet Ake. Aber vor allem muss man sagen, sein Lauf ist extrem wichtig. Er läuft aus dem Zentrum raus. Somit zieht der Ake mit sich mit. Kreiert im Zentrum einen Raum und wir gehen einen Schritt weiter. Musiala läuft auf die Abwehr weiter zu, bis die Licht kommt. Da ist dann der Raum im Zentrum, in den Gündogan hineinstößt, weil ihn keiner der Sechser verfolgt. Er hat eine relativ gute freie Schussposition, lässt die Chance liegen. Aber das war wirklich exemplarisch und extrem gut herausgespielt. Auch durch eine gute Gegnerbindung. Nichtsdestotrotz, dass man sich aus dem Spiel heraus viele Chancen kreiert hat und da mindestens eine davon nutzen muss. Sind die beiden Tore dann dennoch über Standardsituationen gefallen. Beide sogar nach Eckball. Einer kurz ausgeführt, einer direkt reingebracht. Und das ist aber auch eine Stärke, die man hervorheben muss. Da ist man extrem stark. Ich weiß nicht, warum erst seit dieser Länderspielpause. Aber jetzt funktioniert halt plötzlich alles. Zunächst der Ausgleich nach dem Fehler hinten. Groß spielt auf Wirz, der auf Musiala und Mittelstädt fackelt nicht lange, haut das Ding rein und hebt ab. Und am Ende wieder mal eine Vorlage von Toni Groß. Füllkrug macht ihn irgendwie mit der Schulter irgendwie hinter die Linie. Ist dann natürlich glücklich, aber definitiv verdient. Man hätte sich aus dem Spiel heraus eigentlich belohnen müssen. So hat man es dann doch anders gemacht. Und letztendlich zählt einfach der Sieg. Das ist extrem wichtig für die Euphorie. Auch wenn man nicht gewonnen hätte. Man spielt echt guten Fußball. Und die Ansätze sind überragend. Sodass man eigentlich gegen jeden Gegner eine Chance haben sollte. Und wenn man so spielt, steht einem eigentlich nichts mehr im Wege. Aber mal schauen, was am Ende draus wird. Ich denke, richtungsweisend werden vor allem noch die zwei Testspiele vor der EM werden. Also gegen die Ukraine und vor allem gegen Griechenland. Die dann schon nochmal anders auftreten. Auch wenn die Niederlande auch eher passiv gespielt hat. Die werden dann schon nochmal tiefer stehen. Nochmal mehr Wert aufs Verteidigen legen. Und wenn man da auch überzeugt und ähnlich überzeugend auftritt. Dann blicke ich echt zuversichtlich auf dieses Heimturnier. Aber was sagt ihr? Seht ihr das ähnlich wie ich? Oder seht ihr das anders? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Oh.